Allee, 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 Allee! Servus und hallo zum 1889 FM Aftermatch Talk. Hier wie gewohnt direkt nach dem Spiel mit all den Emotionen. Gerade heute der Jahn-Gewinn 1 zu 0 gegen 1860 München mit Ach und Krach in der letzten Minute. Neben mir ist der Matze. Matze, servus. Du hast mit mir das Spiel kommentiert. Was ist dein Fazit so in den letzten Momenten hier nach dem Spiel? Kurz zusammengefasst. 90 Minuten gab es für die Jahnelf und die Fans tatsächlich nichts zu lachen. Das gehen wir jetzt ja gleich nochmal alles der Reihe nach durch. Aber jetzt stehen wir da und haben ein Grinsen im Gesicht. Denn der Jahn holt sich den siebten Sieg in Folge. Wahnsinn. Keiner Rechnung nach schon. Ja, da muss man tatsächlich schon mal nachrechnen und lang zurückdenken, wann es denn sowas mal gegeben hat. Und in der dritten Liga bis dato eigentlich noch nicht. Sei es drum. Wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Halbzeit. Das war eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Nämlich die angeschlagenen Sechziger, die mit Personalnot hier aufgestellt waren, die haben richtig Dampf gemacht. Und auch schon in der ersten Halbzeit musste Gebhardt den ein oder anderen Ball mal aus dem Winkel kratzen. Es waren genauer gesagt zwei Bälle. Nämlich einen hat er noch an die Latte gelenkt. Das war ein Distanzschuss von Frenetzi. Und da waren die Sechziger definitiv griffiger und besser im Spiel. Von uns kam gar nichts. Ne, wir hatten zwar eine sehr gute Anfangsphase, also verhältnismäßig gute Anfangsphase, wo wir eigentlich, ich sage jetzt mal, die ersten 15 Minuten mehr vom Spiel hatten. Aber die richtig großen Chancen sind da nicht rausgesprungen. Eigentlich überhaupt keine. Wir hatten viel mit hohen Bällen gearbeitet. Wir hatten Erik Hottmann angespielt oft, der aber dann eigentlich auch allein auf weiter Flur war. Über die Außen kam da wenig Druck auch. Haben die Sechziger nicht geschafft, so unter Druck zu setzen. Und dann so ab der 20. Minute haben sich die Sechziger richtig ins Spiel reingebissen. Wir haben sie aber auch kommen lassen. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen Taktik war von uns oder von Joe Enox. Wir haben uns sehr weit zurückgezogen. Dann kamen die Sechziger immer mehr, haben auch viel aus ihrem Ball gemacht. Und die haben auch starke Spieler gehabt. Also Spielstarke mit Zenunahu und Vrenezi. Die haben ordentlich Dampf gemacht, ein ums andere Mal. Und eigentlich die besseren Chancen hat der 60 mit zwei Distanzschüssen. Einen hast du ja schon gesagt, Anilatte. Einen anderen hält dann Gebhardt eigentlich sehr, sehr gut. Und deswegen muss man sagen, so ein leichtes Übergewicht hat der 60 in der ersten Halbzeit. Da darf man sich auch nicht beschweren, wenn da mal einer reinfällt. Und hatten eigentlich auch keine große Antwort drauf in der ersten Halbzeit. Nein, wir waren zu passiv. Wir haben die zweiten Bälle nicht bekommen und haben dann gehofft, weil wie es beim Jan so oft ist, sehen wir immer zwei Gesichter in einem Spiel und das jeweils immer in einer anderen Halbzeit. Und in der ersten Halbzeit war es schlecht. Dann habe ich mir gedacht, okay, da muss die zweite gut laufen. Und dann sind wir tatsächlich in den ersten fünf Minuten ein bisschen präsenter ins Spiel gekommen. Haben dann auch die zweiten Bälle bekommen und mehr Spielanteile gehabt. Aber dann haben wir wieder die 60er ins Spiel zurückgeholt. Und dass sie gefährlich sind, haben sie dann auch bewiesen. Ein ums andere Mal schnelle Gegenstöße, die haben uns schon in Verlegenheit gebracht. Die Innenverteidigung war dann schon einigermaßen sicher zwar gegen Lakenmacher, aber dann die zweiten Bälle haben wir dann oft nicht gekriegt. Und dann zieht halt einfach mal ein Frenetzi ab. Auch in der zweiten Halbzeit hat er einen richtig guten Schuss ausgepackt. Mit die beste Chance für die Löwen. Gebhardt bravourös gehalten. Dann hat er wirklich top rausgetan. Und dann kamen halt einfach auch mal wieder die Ecken und die Gelegenheiten. Und die Löwen haben da durchaus Druck gemacht. In der zweiten Halbzeit war es halt dann so, dass es eigentlich oft hin und her gegangen ist. Und wir hatten auch viele Räume. Mehr als in der ersten Halbzeit. Wir hatten viele Gelegenheiten, das auch auszuspielen. Haben es aber auch nicht wirklich immer geschafft. Da hat oft die Präzision gefehlt. Gerade über die Außen. Ich erinnere mich dann immer wieder an Schönfelder, an Faber. Und auch an Ann Hain, die dann oft den letzten Ball einfach nicht angebracht haben. Vielleicht nochmal zur Grundlinie hätten gehen können. Raum vor sich hatten. Das hat mir alles einfach nicht so gut gefallen. Wir haben auch den Rücken der Abwehr nie besetzt gehabt. Wenn wir dann mal durch waren und der Pass in den Rücken kam. Wenn wir mal zur Grundlinie gingen. Da stand da keiner. Und gleichzeitig haben wir dann, das können wir auch so ansprechen. Wir haben katastrophale Pässe gespielt. Wir haben katastrophale Flanken geschlagen. Die Freistöße, die Ecken. Da war ja wirklich, sorry, nichts Gutes dabei heute. Also es war nicht unser Tag. Muss man auch dazu sagen. Und dann hatten wir hinten einen Gepard. Auch in der zweiten Halbzeit. Der ein ums andere Mal einen rausgekratzt hat. Wenn er gebraucht war, war er definitiv da. Nichtsdestotrotz ist das Spiel irgendwie 90 Minuten durchgeschleppert. Und dann hat Joe Enox noch eine Idee gehabt mit zwei Einwechslungen. Flo. Ja, man muss es sagen, er hat echt mal wieder ein goldenes Händchen bewiesen. Keine Ahnung, 87. Minute oder so Eisenhut und Eichinger eingewechselt. Ich glaube, Eichinger hat ja seit gefühlt Saisonbeginn überhaupt kein Spiel gemacht. Auch wenige Minuten bekommen. Ja. Eisenhut ein bisschen mehr, aber da dachte man sich vielleicht schon, ja, was ist das jetzt? Was soll das jetzt werden? Aber genau die beiden bringen uns halt hier den Sieg. Eichinger einfach mal ein Herz gefasst, eine Flanke reingehauen. Haben wir zwar heute auch öfters gebracht, aber die kam halt dann wenigstens mal so zentral auf den Elferpunkt. Ja, haben wir gesehen. Und dann segelt halt auch, macht halt 60 den entscheidenden Fehler. Da segelt halt einer durch. Eisenhut steht frei und versenkt ihn halt dann eiskalt. Auch noch mit dem Pfosten. Also so ein bisschen Glück haben wir auch schon dabei gehabt heute. In dem Pfosten rein, ja. Wenn es gerecht zugegangen wäre, wäre es hier irgendwie unentschieden ausgegangen und kein Jahrensieg. So ehrlich muss man natürlich sein. Da gehe ich sogar ein bisschen weiter als du. Sorry, wenn es gerecht ausgegangen wäre, hätte 60 heute die drei Punkte. Mit den Chancen, die sie hatten. Auch aufgrund der ersten Halbzeit. Da war von uns in der zweiten Halbzeit schon gut wegverteidigt. Alles schön und gut. Aber wir waren einfach nicht präsent. Auch die Löwenfans hier honoriert, dass die 60 ein gutes Spiel gezeigt haben. Also die haben hier ein Zeichen gesetzt, obwohl sie so viele Ausfälle hatten. Haben sie eigentlich uns immer gut beschäftigt. Und der Jan, ja. Aber mit dem Lucky Punch. Und uns gelingt halt derzeit alles. Selbst die Dreckspiele wie heute. Münster war kein gutes Spiel eigentlich auch. Lübeck war kein gutes Spiel. Aber immer haben wir eine Antwort drauf. Und heute kamen sie halt wirklich in aller, allerletzter Sekunde eigentlich. Und ja. Der Rest ist halt Geschichte. Also ich denke, die 1500-Jahren-Fans werden sich noch lange daran erinnern. Die Explosion war halt einfach auch da. Direkt vor der Jahrenkurve getroffen. Also emotionaler geht es eigentlich nicht mehr. Richtig. Deswegen werden wir uns heute definitiv eine halbe noch zwicken. Ich zumindest. Auf den Jahrensieg. Und ja. Wir freuen uns auf die nächsten drei Punkte. Auf die nächsten Aufgaben. Es wird nicht leicht. Jetzt kommen die dicken Brocken. Und dann sollten wir auch spielerisch wieder eine Antwort haben. Absolut. Wir müssen absolut uns steigern. Das weiß, glaube ich, auch jeder vom Team heute, dass der ausbaufähig ist. Also in allen Mannschaftsteilen. Es funktioniert vieles bei uns sehr gut. Das Team ackert füreinander. Wir gewinnen viele Zweikämpfe, viele Bälle. Aber schön anzuschauen ist es oftmals nicht gewesen. Auch heute wieder. Aber wenn dann am Ende die eine oder die andere Aktion dabei ist, die uns den Sieg bringt, nehmen wir das doch alle gerne mit. So darf es gerne weitergehen. Und ich glaube, das Team ist einfach mega im Flow gerade. Und wir schauen einfach, was kommt. Eben. Nehmen wir den Flow mit. Freuen uns über die drei Punkte. Und ja. Kommen jetzt alle einfach mal gut und erholt und entspannt nach Hause. In diesem Sinne. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Geipel jetzt mit. Geipel treibt nochmal an. Ihr müsst da vielleicht die Seite wechseln. Ziegele da. Rechts Reichinger. Reichinger mal mit der Flanke. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Abschluss! Tor! 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 Ja! Und da laufen alle aufs Spielfeld. Alle. Und vor der Jahnkurve flippen alle aus. Tor in der 90. Spielminute für den SSV-Jahn. Da ist der Lucky Punch. Und um uns rum. Einige Jahnfans. Da springen alle auf. Wow! Und wir haben auch ein bisschen Dusel, dass uns da der Posten hilft. Geil! Da ist der dreckige, der dreckige Tor aus dem Nichts. Schiri, pfeif ab. Die halls. Da ist der dreckige Torstuh. Da ist der Dreckige Ihr hitchholt. Da ist der Dreckige Torstuh. Dan 발fumm. Da ist die Wärter. Je sch eccentric сторон. Wie sich denn немного angeht. Das ist der Dreckige Torwart. Das ist eine große Stadent. Deutschland, weil sie schürzen bei den Himmest. Da ist der Dreckige Tor. Das ist der Dreckige Torwart. Ja, die Rude. Das ist der Dreckige Torwart. Vielen Dank.